Nichts. Zweiter. Nichts. Dritter. Nichts. Vierter. Nichts. Fünfter. Auch wieder noch normal. Oh, Psychotron. Gleich mehrfach. Und noch eine Paladin. Selbstlose Heldin. Hatten wir schon mal. Dann. Nächste Packung. Tja. Wieder nur normale Karten. Verleihe einem Diener 2 plus 6. Oho. Oh, Priester werden böse. Priester werden böse. Und weiter geht's. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Komm, zeig mir die Karte. Zeig mir die Karte. Aber, Junge. Normal, 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 normal. Und selten. Jo, wieder ganz oft, ganz viele Karten. Ganz oft, ganz neu. Oder auch nicht. Ganz oft, ganz doppelt. Nichts. Selten. Nichts. Nichts. Und noch eine seltene. Oh, golden und gewöhnlich. Ah, Zaubererin des Kults. Das ist doch mal eine schöne. Jedes Mal, nachdem ich einen Zauber gewirkt habe, erhält sie Tun 1-1. Egal, wo er sich befindet. Das ist doch schön. Ja, hab ich doch gesucht, die Karte. So. Selten. Nichts. 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 Ah, den hab ich jetzt schon ein paar Mal. Reise in die Tiefe. Entdeck deine Todesrechnung-Karte. Schön. Gar nicht mal so schlecht. Nichts. 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 Blau. Und, ja. Todesrechnung zieht eine Karte. Die hab ich, glaub ich, auch... Vielleicht hab ich die schon einmal gehabt. Oh, noch ein Merlock. Ja, wunderbar. Wir sind bei knapp der Hälfte... Über die Hälfte schon angekommen. Selten. Oh, Merlock, 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 Merlock. Und... Spott. Nichts. Nichts. Selten. Nichts. Nichts. Selten. 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 So viele doppelte und dreifache Karten. Einfach unglaublich. Oh, hier. Gesichtsloses Ungetüm. Mal wieder. Oh. Erhaltet eine zufällige Karte von der Klasse eures Gegners auf die Hand. Kann man machen. Und er reagiert wieder nicht. Oh. Oh. Was haben wir denn da? Selten. Episch. Verbraucht er. Ach so, die haben wir ja schon. Das gibt eine ganze Menge Mana-Staub. Eine ganze Menge Mana-Staub. Was haben wir da her? Befallener Wolf. Todesrichter ruft zwei Spinnen herbei. Mhm. Zwei seltene Karten. Aber alles Doppelte. Ah, eine Legendary würde sich jetzt wieder gut machen hier in meiner... ...in meiner Runde noch eine epische. Episch. Spott. Kampfschrei. Erhält plus ein für jeden feindlichen Diener. Oh. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Eine Legendäre hält dich gern. Selten. Oh. Dunkel-Hein-Gelehrte. Werft eine zufällige Karte ab. Todesrichter zieht eine Karte. Hm. Eine Legendary hätte ich gern. Oh. Eine epische. Oh. Die ist auch neu. Jedes Mal, wenn euer Befreundeter Diener stirbt, erhält sie tun eins. Egal wo. Ja. Episch. Spott. Jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet, erhält sie tun eins, eins. Egal wo er ist. Man kann sie tun ja so hoch pushen, ne. Und dann hat ihn auch noch jeder. Vernichtet einen eingefrorenen Diener haben wir nochmal. Kampfschrei stellt eurem Helden zehn lieber, wenn ihr mindestens zehn angefangen habt. So die typische Rolle des Heilers halt, der Priester halt, ne. Standardmäßig halt. Noch eine Magierkarte. Komm, jetzt aber noch eine Legendary. Ja, komm. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Oh. Drei selten in einer Packung. Hetzt. Da ist ja die Chance höher, dass du eine Legendary kriegst, wa? Vernichtet alle Diener. Mit zwei Angriffen oder weniger. Na nett. Hübsche Kartenpackung. Selten. Episch. Selten. Episch. Todesröcheln ruft einen gesichtslosen Vernichter herbei. Nett. Selten, nichts, selten, nichts, nichts, nichts. Merlock und verwandelt eure Diener in zufällige Diener, die einen mehr kosten. Ich glaube, ich spiele Schamane. Nichts, selten, nichts, 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 nichts. Magierkarten, Alter, fällt da. Ganz schön oft hier. Evolution, nochmal dieselbe. Na komm. So, das ist jetzt die 50. Packung. So, ich bin jetzt durch alle Packungen, die ich durch das Vorbestellerboni bekommen habe, bin ich jetzt durch. Es bleiben noch durch 1000 Gold gekaufte Packungen, also 10 Stück, plus 5 durch die erste Quest, plus 3, die ich am Anfang geschenkt bekommen habe. Das ist jetzt das, was ich jeder hätte erspielen können, ohne Geld auszugeben. Fangen wir an. Wieder nichts. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ha haaa! Legendär! Habe ich die nicht gerade schon mal gezogen? Kann nicht als Ziel von Zauber- oder Hilffähigkeiten. Nee, ich glaube, ich habe eine andere gerade. Aber zwei Legendäre. Hoppen. Verdammt. Aber nicht schlimm. Ein paar Packungen haben wir ja noch. Oh, die ist auch neu. Kostet ein weniger für jedes Totem, was ihr in diesem Spiel beschwert. Oh, Schamane wird echt nett. Hm. Ach, wieder diese komischen Standardkarten. Wir gehen auch gleich mal gucken, wenn wir fertig sind, wie viel Mana-Staub das jetzt alles ist. Was so aus 69 Packungen so rauskommt. Episch. Episch. Na. Jetzt habe ich die schon viel zu oft. Wie wäre es denn mit neuen Karten? Wieso haben wir die Karten eigentlich teilweise zweimal in einer Packung? Blizzard. Bitte. Sag's mir. Karten. Bitte. Nicht. Mehrfach. In einer Packung. Das war schon in den letzten Erweiterungen nicht lustig. Ich finde, da könnte man eigentlich das mal in den Programmcode reinschreiben, dass das überhaupt gar nicht geht. Na komm. Nichts. Selten. Nichts. Nichts. Selten. Nichts. Ein paar goldene Karten könnte ich nochmal wieder gebrauchen. Oh. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse, erhält 1-1 für jede zerstörte Geheimnis. Oh na. Kann man machen. Na komm. Lass mich ran an deine Karten. Ah. Nichts. Nichts. Episch. Selten. Episch. Oh. Todesrächeln. Lasst diese Waffe auf eure Hand zurückkehren. Das ist doch mal nett. Ach. Packung noch. Na. Möchtest du? Aha. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Leben herbeiruft, erhält dieser Gottesschild. Hm. Nett. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sieht schon cool aus, so mit den Augen. Schön. Selten. Golden und selten. Äwisch. Ah. Kampfschrei. Verbraucht. Verbraucht. Euer gesamtes Mana. Erhält 1-1 für jedes verbrauchte Mana. Macht im 10. Zug mit einem Schlag eine 11er-Karte. So. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Nichts. 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 Selten. Wieder die Magier-Karte. Und da haben wir sie nochmal in normal. Einmal Gold, einmal normal. Die verletzten 5 Packungen. Und er will wieder nicht. Na. Möchtest du? Möchtest du vielleicht? Ja. Ah. Tja. Friert einen zufälligen Feind ein. Wie immer. Nummer 4. Nichts. 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 Ah. Wieder nur so eine Standard-Hand. Ah. Selten, aber doppelt. so. Die letzten 2. Wieder nur eine seltene. die letzte Packung. Wir sind angekommen. Ich hoffe einfach mal, dass mich diese Packung jetzt wieder nicht im Stich lässt. Nichts. 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 Hä 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 hä. Ah. Schade. Selten. Selten. Und wieder dieser komische Pirat. Sehr schade. Und äh...